Jetzt sind wir Part 5, ne? Ich hab keine Ahnung, aber ich heiße trotzdem die Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Wir sind hier wieder voll krass drauf. Und mit dabei ist wieder, ich drehe es jetzt mal rum, die Mary. Grüßen. Hallo. Und mit dabei ist der Kill B. In real life heißt der auch Kill Bill. Äh, ja. Und den Namen, der kommt ja nicht von uns. Siehste, deswegen haben wir die Hammer eingepackt. Genau, deswegen haben wir die Hammer eingepackt. Ja, weil das ist eigentlich so schrumpft. Sonst werden wir jetzt echt aufgeschmissen. Ja, wir haben noch Radies. Boah, alle drei können und eben geil. Jetzt haben wir bestimmt kleine Korobockels. So, jetzt kann ich uns alle nochmal, alle treilen. Also ich glaube, es zieht doch mal nach eins, ging das? Dass wir alle kleine Korobockel waren. Ja. Aber im zweiten Teil ist es eigentlich fast ein Bug, ne? Würde ich sagen. Ich weiß nicht. Aber vielleicht haben die einfach nur gemerkt, dass das total scheiße ist. Ey, was ist denn hier los? Ja, eigentlich ist das Fight Dortmund mit Bug. Weißt du nicht warum? Normalerweise darf der Schrumpf haben und ich nur kleinen Kurs machen und nicht heilen irgendwie. Naja, aber es gibt halt keine kleinen Korobockel. Deswegen mach dir den Korobockel-Status weg. Nee, ich weiß nicht. Doch, doch. Fakt ist erwähnt. Nee, doch. Nee, bei Mana 1 ging es auch. Also das ist auf jeden Fall ein Bug. Der nicht unbedingt behoben werden muss. Das ist ja originaler Bug, ne? Aber... Hammerfoto, los! Auf alle! Das machst du jetzt nicht? Wurf-Item-Samen werfe ich jetzt auf uns. Weiß? Das ist wie lange bei noch, oder was? Oh, das hat 50 HP gegeben. Die haben wir gefressen. Die haben den Samen gefressen. Welchen Samen? Das ist ein Wurf-Item-Samen. Das ist ein Wurf-Item-Samen. Was ist ein Wurf-Item-Samen? Den haben wir vorhin eingesammelt. Was soll das sein? Na, ein Wurf-Item. Hast du noch einen? Hast du noch einen? Nein, leider nicht. Jetzt muss ich mir ein Video mal angucken, dann. Keine Ahnung, was du jetzt benutzt hast hier. Ich hab's gar nicht gespeilt. Voll krass. Ich dachte, du guckst dir sowieso das Video an. Na, das guck ich mir auch an, ja. Ja, ja. Aber... Fuck, was heißt... Ja, 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 ja. Nee, nix, ja, ja. Das ist vorbei, ey. Was heißt, ja, 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 ja. Cleồ, ja, ja. Leck mich aber herrisch. Genau, genau. Oh fuck, ich brauch eine Heilung, ich geb mir mal selber mal mal, ich geb mir selber eine Packung. Eine Packung Heilung. Ja. Eine Packung Heftpflaster. Hau man, hey, der Ritter hat nicht gesnitten, gib mir ein Pflaster aus Schoki. Alright, aber da rechts nach oben gegangen, well, uns denkst nicht. station könnte sein oder hier ist ja aber das ist einfach weitergehen was schon ja wenn man das gilt ja aber gleich zurück ja ich kann nicht ich kann nicht was ein johannes von der scheiß hier ist ein stumm 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 jetzt halt dass ich nein weg weg hier ja weg hier genau jetzt gehen wir da und check 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 die lage ok ok lass einfach weiter gehen ja die müssen wir schnellstmöglich tot machen sonst wenn er sich entwickelt ja genau das meine ich wenn er sich entwickelt dann ist er über entwickelt ich glaube der platz gerade das scheiß ding die hauen rein oder nein hat sich groß gemacht da kommt noch einer ich gehe weg einmal machte ich habe schiss hier das waren jetzt schon drei diese stelle als die ritter nicht eigentlich abwehr von allen schwächen ja oder ich muss mal die frage der stückchen runter kommt ja was jetzt und jetzt ich muss gar nichts ich kann das auch von der oben aus da unten gehen wir sind noch mal lang doch da oben kommt aber wir müssen doch spätestens sowieso irgendwann allein also gehen wir jetzt einfach da links jetzt lang um da unten in die höhle zu gehen weil oben rum gehen wir sowieso nur im kreis ich schwöre ja da oben im kreis oder oben sind wenigstens die drei vier oder bis noch was kommt darin ist es wieder so ein scheiß ding aber vielleicht ist jetzt sogar der ritter weg das netwerk guckt also jetzt schlecht einmal das item und muss gleich wegkriegen doch auch schon so ein jahr der kleine kleine wischt das kleine misstratten sich der red der red herring wir kommen dass man hier das ding tut morgen ja entweder macht uns das ding tut oder dann der ritter da was ist denn los hier da kriegt gleich in die fresse kriegt da allein hallo darf ich immer ins fucking menü mann nein pick schocki jetzt alle erst mal wieder und jetzt kommt auf den ritter redden wo krass muss so wird das ist hätte jetzt direkt umfallen müssen voll geil gewesen verkrustet ich wollte mal gucken was ist hier was sind jetzt hier keine mp mehr kann nichts machen du musst alles morgen töten sollst du achten wer auf der stelle du hast keine mp mehr scheißegal töten los das ist doch mal noch mal ja zuerst gehen ohne uns aber der restliche seltener überhaupt nicht gewesen so es musste du jetzt was muss ich mir jetzt sagen die blinder wobei auf die bürfel sind noch im kreis denn nur wieso im kreis denn auch links lang die sind links kannst du mir hier unten bleiben was ist denn da ist nichts da geht es nach rechts und das war es ja jetzt noch links da geht es links lang ich spielte oder der russ das ist der kore bockel typ ja den muss man schnell kaputt und kippen nimmt die da unten genau und mary auch nicht nur die kleinen frazion alleine ja ok kreis wo steht übel sporn die fressern könnte kommt man kann man kann man nicht ist alles zack zack ist aber gut cool so leid danke zack boom headshot boom headshot boom headshot boom headshot voll ins jetzt kommt der erste scheiß dingel der jungen mit sirene nicht mehr katholik hat ja katholik hat ja die ist ein special machen wenn ich stumm bin ja dumme aus anderen wo das etat ja ich dann wieder du bist du der erste von uns treuen okay aber ja aber dauert ja wahrscheinlich gleichzeitig hat kürzer hat macht du auch mal na dann nehmen wir doch mal wieder unsere intelligenz ich muss einmal der steuerung hier muss man nur schuldig alle geht immer falsch dann darunter ja sieht doch noch so aus schwieriger tanz maximal auf hier runter statt echt schwieriger tanz ich bin mir unendlich sicher ich glaube wir sollten wieder hoch ich glaube wir sollten das weitergehen und gucken ob es nicht vielleicht doch der richtige weg ist einst ja ich meine ich glaube ich glaube ich glaube ich bin mir richtig gut auf deine verantwortung wenn es halt nein da guckt nein 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 hier ist es nicht da war doch das wasser da kommt ja das ist was dann müssen wir jetzt hoch und wieder müssen jetzt hier oben lang oder nicht aber ja doch da oben ja stimmt dann muss man schon genau beide machen du musst da nicht er kommen wir ich gehe einfach an den leuten vorbei scheiß drauf da brauchen wir nicht unsere kraft verplempern für die blöden blöden jetzt kann man sich heilen zu kraft wärst du schon jetzt zwei mehr getornen tue ich mal bin ich habe eine mp leer ja 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 kippe muss sterben kippe muss richtig sterben ich bin du jetzt kannst du mich wieder blöden was lacht sie da die nach teile ich lacht halt die lacht halt ich schalte manlle die 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 toten sind weg ich bin die toten sind wegged für krass die sind voll weg gespemmt so zum verkannten kannst du uns mal durch heilen das du schweißel richtig durchheilen da kann ich uns immer die alten liste wieder auffüllen in der hoffnung dass wir danach keine speicherpunkt ist mary hat jetzt nur ein alter die altkriegs auch ziemlich leicht zu lachen muss nur sache und sagen ja ich habe euch geschützt ich habe so vertreten lokalade wo ich die lokalade ergeblich die lokalade dafür der größte größte gelauert und dort wird die dritte und die dritte und er hat so um ein bisschen wichtig bin ich bin ich nicht ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin unser werder mit der grunden komisch lacht der möge sich doch mal ein bisschen erhexe die spielschauen der arbeit dann möge sich das sechste wiederum er hat die komische person lachen und die kürzischen sohn die sie mir sagen aber am bau interessant ist natürlich das hatte ich im hex dass man dich geben im hexet let's play auch manchmal hört ja auch nur manchmal manchmal hat der kippe im bein des klischen ein kleines bisschen lauren gern wenn ich mal ich hab ein level up ich habe doch schon gesagt wer das war das war fakte faust das wurst ich glaube nicht da kommt ja da kommt etwas also muss ja links ich bin hier gespeichert unterbrechen nach zwölf minuten und dann sagen wir machen jetzt vielleicht was im nächsten paar ja ja noch nicht ganz oder kann es gleich so in etwa jetzt und dann wir sind es beim nächsten punkt wieder wenn es wieder ist jetzt passiert man zwei der deutschen versatz von den g trans hoffentlich beim endposten und dann würde ich nicht sagen dass man einen coolen cut ansonsten war es echt der scheiß cut aber wir können zeigen wir können ganz ganz gut bis dahin und schausen